Niedergelassen. Die ersten Bewohner bauten ihre Häuser an höher gelegenen Stellen. Es waren hauptsächlich Fischer und Bauern. Es ist ein MUST-TU, denn ihr habt viele Guided Tours, auch viele Sprüge Optionen und sehr schönes sind. Ihr habt auch viele Sprüge Optionen und sehr schönes sind. Ihr habt auch viele Sprüge Optionen und sehr schönes sind. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Das ist dieibile �intre. in diesem Jahr. Die Stadt der Stadt der Stadt, die Stadt der Stadt der Stadt, wurde in 2010 gegründet von Kanal Ring gegründet in den Jahren in 2010. Ja, in 2013, Kanal Ring wurde in den Jahren 400er Geburt des Silvets. Das ist ein perfektes Ort für Touristen. Kanal Ring ist der zweite Name Grakhton Gordel. Das heißt, es ist die Wasser-Water-Werse, die Network-of-Intersection. Und diese wurden durch die Drainage und Reclamationen von Land für Neu-Development entwickelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020